Willkommen zurück zu SFS Colony. Hier haben wir unseren Mars Transport Rover. Das ganze Teil, das wiegt über 30 Tonnen, bis auf diesen Tank, den habe ich nicht dazu gezählt. Damit liegt es 5 Tonnen über dem Maximalgewicht, das heißt wir werden ein bisschen Treibstoff von hier nutzen müssen. Und wieder mal die Atlantis 3. Dann die zweite Stufe werden wir auch noch verwenden zum Wiederbefüllen von einigen Tanks. Wir werden natürlich nicht alles hinkriegen, aber einiges auf jeden Fall. Ich würde sagen, fliegen wir los. Auf ins Abenteuer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wechseln wir mal kurz hier hin, ja, 53%, das ist solide, mehr brauchen wir nicht, hier können wir die Mission beenden, und da können wir die auch beenden, dann fehlt hier noch die erste Stufe, und dann haben wir es geschafft, wir haben alles wieder eingesammelt. Zoomen wir mal raus, ja, die geostationären Satelliten sind wieder ein bisschen verschoben, aber ich glaube, wenn ich den ein bisschen verändere, dann klappt das schon. Gehen wir zum Mars, ähm, nein, Navigation beenden, Fokus, ja, jetzt ist hier eine ganze Menge kaputt, guck mal, die sind wieder total nah beieinander, muss ich mal gucken, was ich da machen kann. Gehen wir mal noch näher, erstmal gucken, nein, ich habe keinen weiteren Müll liegen gelassen, das ist gut, und hier haben wir unsere Basis mit dem Transportrover dran, und natürlich hier den Trabstofftank, ich habe jetzt hier sämtlichen Trabstoff reingemacht, ähm, beim anderen ist es jetzt komplett leer. Ja, ich werde auch eine Weile das auffüllen müssen, aber hier haben wir den Rover, ähm, wir werden da vielleicht mal eine kleine Expedition machen, weiß noch nicht. Äh, das war's auf jeden Fall mit der Folge, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr mehr holt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, tschüss! Outro 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 Vielen Dank.